Hallo, herzlich und willkommen. Mein Name ist Rock und wir spielen heute mal ein VR-Spiel. Ich habe vor kurzem eine VR-Brille geholt und musste mir das jetzt einfach mal gönnen. Onward sah ganz interessant aus, muss ich ehrlich sagen. Ein Eco-Shooter. Ich bin mal gespannt, wie sich das bei mir verhält nachher mit dem Laufen oder dem Motion Sickness. Ob ich das auch habe, werden sehen. Ein kleiner Hinweis, es ist ein Multiplayer-Spiel. Das bedeutet, ich werde nicht viel dabei mit euch reden, sondern lediglich einfach das Spiel laufen lassen. Soweit ich das mitbekommen habe, ist die Sprache hauptsächlich in Englisch. Ich habe es noch nicht sehr viel gespielt. Ich weiß nicht, ob die Spielzeit steht. Aber ich würde einfach mal sagen, wir gehen da mal rein. Und zwar, wir joinen ein Match. Jetzt haben wir hier mehrere Möglichkeiten. Ich meine, herauszufinden zu haben, dass die Operations die Koop-Spiele sind. Deswegen würde ich das auch gleich einfach mal versuchen. Okay, viel Spaß. Ich bin hier rein. Okay, da ist ein Meinung nach vorne. Die drehorte ist neu. Die drehorte ist neu. Beide, das Einigen ist neu. Die drehorte ist neu. Die drehortisch ist neu. Das ist auf der Seite, sieht es aus. Nein, nichts. Du weißt, wie man die Sniper macht. Leider nicht genau. Poppe meine Hände, dann können wir es rein. Du hast ihn? Oh, du hast ihn schon mal gekriegt. Oh ja. He's down! Sind alle grün? Ich höre keinen. Hallo? Was hörst du, hast keinen? Nein, ich habe Zeit, dass du ihn auswählen. Das ist doch cool. Bitte? Hier. Nein, da oben ist einer. Ich habe gerade ganz vergessen, dass ich mit dem Mikrofon hier gar nicht reifen kann. Okay, ähm, seht ihr noch jemanden? Die liefen nach rechts. Er ist down, er ist down. Lade nach. Wo ist er? Hast ihn erwischt? Nee. Nein. Ist der Status da hinten? Auf ihn. Er ist tot. Zurück, was machen wir dann? Jo, ich kipp die Deckung Ich seh ihn aber auch nicht Lade Granate Lade Ok, komm zu dir Willkommen zurück, oh verdammt, ich habe nicht mehr so viel Munition, glaube ich. Oh, kaputt, dann mach mal. Muss laden. Eine ausgeschaltet. Einer dauernd. Einer dauernd. Die Sterne. Direkt vor dir. Er ist tot. Noch einen erwischt. Lade. Der kommt auf uns zugeputzt. Ist tot. Ich bin links von dir zur Info. Und Charlie? Mit Schalldämpfer. Hab einen. Der hat mich erwischt. Muss ein Stück zurück. Hinter der Wand. Dahinten sind welche. Einer oder zwei. Zwei. Ich werde dir von irgendwo beschossen. Ja, von vorne. Hab einen erwischt. Ich glaube, er hat ihn erwischt. Geht's dir gut? Bis nachladen. Ich glaube, er hat ihn erwischt. Ich hab ihn. Perfekt. Es sind noch mehr. Hinterher ist einer. Wir haben Gegner, die kommen auf uns zu. Ich will jemand meinen Mester halten. Wo ist er denn hin? Ich glaube, ich bin dumm. Der war direkt hier vorne. Also hier links ist er irgendwo. Überlaufe ich um rechts. Ich habe doch hier einen gesehen. Okay, wo wollt ihr lang? Hi. Da, ich sehe einen. Wir sind auf der Straße auf 315 Grad. Wir sind auf der Straße auf 315 Grad. Du bist mein Retter-Auto. Und du bist tot. Ja. Da scheint wohl links ein S zu sein. Ich werde jetzt zu stark verlaufen. Moment, ich bin noch nicht dran. Ich muss mir mal eben spritzieren setzen. Okay, wo habt ihr die Gegner? So nicht hier. So nicht hier. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. So nicht hier. So nicht hier. Wir sind die supposedlye her. Wir gehen. Wir müssen hier nicht mehr. Dein Schild ist dreckig, Manu. Bitte? Dein Schild ist dreckig? Dein Schild ist dreckig. Dann mach's auf. Oh, das klappt, ey. Okay, ich sehe euch. Ähm, wir wollten die Straße weiter runter in die Richtung wahrscheinlich. Wo versteckst du dich? Ich sehe die Seite oder sie links? Sie sehen? Ja. Wie weit? Ah, da ist sie. Hab ihn. Und ich sehe euch.